Hi, ich heiße Katrin und ich stehe genau vor dem Stay Club at Chemnitz. Ich zeige euch heute eine super Studentenunterkunft. Kommt mit! Hier seht ihr unsere Rezeption, die ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche besetzt und unsere Mädels beantworten euch gerne jede Frage, die ihr habt. Hier seht ihr den Aufenthaltsraum. Hier könnt ihr euch mit Freunden treffen, relaxen oder studieren. So, wir sind im ersten Stock und ich zeige euch jetzt mein Zimmer. Jetzt zeige ich euch eins unserer Zimmer. Kommt doch mit! Jeder von euch hat sein eigenes Bad, seine eigene Küche mit einem Kühlschrank und einer Mikrowelle und ihr habt euren eigenen Schreibtisch, wo ihr lernen könnt. Und wenn euch der ganze Trubel zu viel wird, könnt ihr euch in einem der zwei Doppelbetten einfach mal ausruhen und die Füße auflegen. Wir erwarten euch!